Unsere alte Geschäftsstelle in Stuttgart-Weilemdorf haben wir verpackt in viele Umzugskartons, haben sie mit einigen Lkw-Ladungen hierher gebracht, mit ganz vielen Chancen, vielen Möglichkeiten und wir freuen uns, Sie heute hier willkommen zu heißen. Herzlich willkommen in unserer Geschäftsstelle Stuttgart in Renningen. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen an einem wunderschönen Tag hier bei uns an diesem Standort, wo wir ein tolles Bildungszentrum und Qualifizierungszentrum in kürzester Zeit aufgebaut haben. Leider lässt es die pandemische Lage nicht zu, dass wir wie geplant eine größere Feier machen können. Deshalb wollen wir Sie mitnehmen hier auf einen kleinen virtuellen Rundgang, um Ihnen die Schönheit dieses Hauses zeigen zu können. Kommen Sie mit, ein kleines herzliches Willkommen und wir zeigen Ihnen den inneren Teil dieser sehr schönen Geschäftsstelle. Treten Sie ein in unsere schöne Geschäftsstelle hier in Renningen. Unsere Frau Fischer begrüßt Sie ganz herzlich hier unten bei uns am Empfang und ist auch, wie Sie sicherlich schon der ein oder andere kennen, immer die erste Stimme am Telefon und kümmert sich hier um alle Belange unserer Mitarbeiter, aber auch von Ihnen und ist gerne für Sie da. Hier im zweiten Stock unserer neuen Geschäftsstelle finden sich unsere Integrationsmaßnahmen und auch unsere begleitenden Hilfen wieder. Für unsere Reha-Step und Reha-Step-Plus-Maßnahmen haben wir hier sehr viele helle, großzügige Räumlichkeiten. Wir finden auch hier das psychologische Dienst, den ärztlichen Dienst und unsere Reha-Integrationsmanager und Case-Manager. Hier im ersten Stock haben wir unsere IT-Ausbildung kaufmännisch, Steuerfach und Verwaltungsfach untergebracht. Zusätzlich finden auch hier unsere Teilnehmer schöne Lounge-Bereiche, Pausenbereiche, um Gruppenarbeiten, aber auch ihre Pausen angenehm zu verbringen. Im Erdgeschoss haben wir unsere Qualitätswesen und Konstruktionsausbildung platziert. Zusätzlich finden sich auch hier wieder Pausenbereiche, Lounge-Bereiche, unser Konferenzbereich und unsere Mensa. 9. Mai 9. Mai Und 6. Mai Geht nicht, gibt es bei uns nicht. Wir begleiten Menschen auf ihrem Weg in einen neuen Job und schaffen Berufs- und Lebensperspektiven. Dabei bieten wir unseren Teilnehmenden neben den gerade gezeigten Bereichen ein umfangreiches Portfolio an Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen an. In Bereichen IT, Steuer, Qualitätswesen, Konstruktion, Verwaltung und auch in kaufmännischen Tätigkeiten. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Einblick geben in unsere neue Geschäftsstelle Stuttgart hier in Renningen. Und wir freuen uns schon darauf, Sie hoffentlich bald auch in Präsenz bei uns begrüßen zu dürfen.